Was genau verbirgt sich hinter der NetUp Data Fabric? Welchen Service bieten Sie? Die IT-Abteilungen unserer Kunden müssen sich heute im Wesentlichen drei Herausforderungen stellen. Auf der einen Seite gilt es, Stabilität und Flexibilität für bestehende Geschäftsprozesse zu gewährleisten. Auf der anderen Seite müssen IT-Abteilungen das Erschließen neue Geschäftsfelder unterstützen und Risiken minimieren, wenn neue Technologien oder Applikationen eingesetzt werden. Typischerweise reichen On-Premise-Services nicht mehr aus, diesen Spagat zu gehen. Deshalb geht der Weg immer mehr dahin, Cloud-Services zu nutzen, um die eigenen Services mit externen Services anzureichern. Die NetUp Data Fabric ist eine Kombination aus Technologie und Strategie, die es dem Kunden ermöglicht, das volle Potenzial aus solchen Hybrid-Cloud-Infrastrukturen und Konstellationen zu heben. Der Kunde behält somit ständig die Datenhoheit und kann Cloud-Services effizient, sicher und flexibel nutzen. Es geht um Flexibilität auf der einen und um die optimale Datenkontrolle auf der anderen Seite. Wie genau kann die NetUp Data Fabrik das miteinander vereinbaren? Mit NetUp-Technologie ist es auf der einen Seite möglich, die Daten in die Cloud zu bringen. Es ist aber auch weiterhin möglich, die Daten an die Cloud zu bringen. Mit den intelligenten und effizienten NetUp-Replikationstechniken ist es möglich, Daten aus einem On-Premise-Rechenzentrum auf ein dem Kunden gehörenden System in einem Co-Location-Rechenzentrum zu replizieren. Dort angebunden sind dann die Applikations-Services der Cloud-Service-Provider, die genutzt werden können, um die Daten zu bearbeiten. Wir bekommen also eine Trennung zwischen Datenmanagement und Applikation. Das heißt, der Kunde behält jederzeit die Datenhoheit und kann die Cloud-Applikations-Services nutzen, ohne das Risiko einzugehen, dass er nicht Herr über seine eigenen Daten ist. Wie viel Freiheit bietet die NetUp Data Fabrik in Sachen Datenmanagement? Aufgrund der Replikationstechniken zusammen mit der Datenhoheit kann der Kunde jederzeit selbst entscheiden, welchen Service von welchem Service-Provider er beziehen möchte. Das heißt, der Kunde ist völlig frei von Infrastrukturbedenken wie Bandbreitenbegrenzungen oder Kapazitätsbegrenzungen, sondern kann einfach aufgrund seiner eigenen Anforderungen entscheiden, welchen Service-Provider mit welchem Service er einsetzen möchte. Entscheidungskriterien sind dabei Preis, Fähigkeit des Service-Providers und der SLA. Dadurch, dass die Daten im Anschluss nach der Bearbeitung auch wieder ins eigene Rechenzentrum kopiert werden können oder repliziert werden können, kann der Kunde Cloud-Services dynamisch für Lastspitzen einsetzen oder einsetzen, um neue Technologien, neue Applikationen zu nutzen. Somit kann der Kunde schneller und risikoärmer Technologien und Applikationen nutzen, die er in seinem eigenen Rechenzentrum nicht zur Verfügung stellen könnte.